Geschrumpftes Gehirn durch Diabetes? Die Auswirkungen von Typ 2 Diabetes auf das Gehirn sind laut einer aktuellen Studie offenbar größer, als bisher angenommen wurde. Je länger Patienten an Diabetes leiden und je höher ihre Blutzuckerspiegel sind, desto größer ist der Verlust an Gehirnmasse. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Forschungsarbeit der Perimanschor auf Medizin in Philadelphia, USA. Plus Plus mehr dazu, Typ 2 Diabetes Plus Plus an der Studie nahmen insgesamt 600 Patienten teil. Die Unterschiede zeigten sich vor allem in der grauen Hirnsubstanz. Über einen Zeitraum von 10 Jahren verloren Diabetiker durchschnittlich 4,28 von 463,9 Kubikzentimeter der grauen Substanz, Substantia Grisera. Ihr Gehirn war nach dieser Zeit um zwei Jahre älter als das gleichaltrige Nicht-Diabetes-Patienten, kommentiert Prof. Dirk Müller-Wiland, Sprecher der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, DDG, das Studiengebnis. Allerdings, da die Kernspieluntersuchungen nur zu Beginn der Studie durchgeführt wurden, blieb offen, ob sich eine strenge Kontrolle des Blutzuckers günstig auf die Entwicklung des zerebralen Zustands auswirkt. Fest stehe jedoch, in der Eingangsuntersuchung hatten Teilnehmer mit den besseren Blutzuckerwerten die geringsten Einbußen bei den Nervenzellen. Plus Plus mehr dazu, Therapie von Typ 2 Diabetes Plus Plus Bislang wurde das Schrumpfen des Gehirns bei Diabetikern auf andere Faktoren zurückgeführt. So sind bei vielen Betroffenen die Blutfett- und Blutdruckwerte erhöht, was die Gefäßverkalkung fördert. Dadurch werden kleine Hirninfarkte begünstigt, die auf MRT-Bildern sichtbar sind. Wissenschaftler sprechen hier von vaskulärer Demenz. Die neue Forschungsarbeit deutet jedenfalls in eine andere Richtung. Der Schwund an Hirnsubstanz könne nicht allein auf eine frühzeitige Verkalkung der Blutgefäße zurückgeführt werden, zumal die Studie keine Zunahme der Hirninfarkte nachweisen konnte, schreibt die DDG. Die Atrophie, Gewebsschwund, Anmerkung D. Red, ist eher auf eine direkte Schädigung der Hirnzellen zurückzuführen, wie sie auch bei der generativen Erkrankung wie Morbus Alzheimer auftritt, zitiert die DDG-Professor Dr. Andreas Fritsche vom Universitätsklinikum Tübingen.